Hallöchen, 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 jetzt willkommen zurück zu Evolve. Ja, und da sieht man wieder, wie toll wir sind. Nämlich gar nicht. Aber vielleicht gewinnen wir jetzt, weil wir hier zwei automatische Ausgleichpünktchen haben. Ja. Ich hoffe, die heißen das... Das schreibt mir gerade schon wieder jemand. Ich glaube, wir machen mal eine Jagd, oder? Okay. Das ist vielleicht einfacher. Ja. Äh. Oder auch nicht. Ah, da kommen sie rüber. Okay. Da kommen sie angekrochen wieder. Aber die sind nett. Die fluchen nicht direkt rum. Die schreien nicht. Genau. Warum sagt der pfft? Hunter is a good one. Wahrscheinlich pfft, weil die beiden das Team wechseln mussten. Also, äh, die, ne? Eb und Star-Leichen bieten dem Monster mehr Nahrung. Oh, den Nachteil hatten wir noch gar nicht. Was hatten wir noch nicht? Eb und Star-Schiffe sind abgestürzt. Das Monster kann sich an den toten Eb und Star-Soldaten sattfressen. Oh. Das hatten wir das letzte Mal nicht. Nee, das stimmt. Als Perk für das Monster. Hm. Ich bin gespannt. Unlogisch. Willkommen in der Zukunft. Also, ich klapp mal mein Mikro runter. Könnt ihr eigentlich auch mal mit denen reden. Was bin ich Assault? Ich bin, äh, wieder, äh, hier, weißt du schon. Ach so. Das, was ich auch möchte. So, ähm. Bucket. Nachlade. Bucket, Bucket. Ja, ich möchte Bucket gar nicht sein. Ich möchte jetzt loswerden. Ich muss jetzt hier mal die Perks durchkriegen. Oder wie auch immer man die nennt. Also, du musst dann mit Bucket die Sachen, du kannst nicht mit dem ersten nochmal mit Hank die Sachen machen? Nee, mit Hank kann man nur Bucket freischalten. Mit Bucket kann man den folgenden. Okay. Ich find's sehr schlecht gelöst, dass die Soundeffekte mit der Videolautstärke zusammengelegt sind. Ja, das ist total super. Das ist total scheiße. Wieso macht man sowas? Ich hätte gern die, das hätte man doch unter der Dialog, äh, Lautstärke halten können, was da geredet wird. Ja. Dass man das auch weiterhin schön lautstellen kann. Los geht's. Das offensichtlich zu leicht wäre das. Ja. Ja. Jetzt muss ich wieder assaulten hier. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ich hab, man hat es nicht leicht als Rainbird. Rainbird sein, das ist schon, das ist schon was. Ja. So, und ich muss jetzt Meter zurücklegen mit meinem Kopf. Während du einfach stehen bleibst dann. Entsende Drohne, will sagen, meinen Kopf. Ich flieg jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Ja, flieg mal. Das ist verdammt weit. Ich glaub, das mach ich doch nicht in einer, in einer Runde. Drohne Könner. 25 Prozent, aha. Super. Da hinten ist deine Drohne. Ich hatte gerade das Monster, ich hatte gerade das Monster. Nützt ja offensichtlich doch ein bisschen was, die Drohne. Vor allem, wenn ich in den Steinen hängen bleibe, dann nützt sie total. Aua. Hä, vor allem kann die Drohne überhaupt nicht hoch. Versteh ich nicht. Was? Der ist schon Phase 2? Wie macht man das? Was? Was? Dass man so schnell... Das lag jetzt wahrscheinlich an dem, an dem Perk, den er hat. Weil ja hier diese Leichen liegen, kann er sich schneller evolfen. Meinst du? Ja. Ah, nein, nein, nein. Fuck. Oh, das ist direkt bei mir. Da kreisen Vögel. Oh, was bist du denn? Und der Hund knötert hier gerade in der Bude rum. Ich komme nicht mehr hoch. Kraken. Wir haben das Zetulu-Monster offensichtlich. Okay. Keine Ahnung, was das kann. Mann. Ja, endlich habe ich euch wiedergefunden. Ha, ha, ha. Du bist sogar vor mir. Ja, ich kam von der Seite. dahinten in 100 metern wort da oben wo gerade rausgekommen nächstes drinnen ich bin verletzt Komm, rest die doch. Oh, oh. Alter. Wo ist es? Keine Ahnung. Ach, da oben. Ich kann nicht resten. Das schießt mit so einer Kacke auf mich. Ich kann nicht resten. Alter. Ach so, jetzt hat Daisy das gemacht. Deswegen ging es nicht. Was schießt der denn mit so einer Kacke da? Was soll das? Oh, oh. Es kommt, es kommt, es kommt. Ja. Ja, ich bin oben da eine ganze Zeit. Daisy, ich pass auf dich auf. Warum rede ich mit dem Hund? Warum rede ich mit dem Hund? Feuer, Feuer auf den Kragen. Achtet auf die Blitze. Mein Hund hier im Hintergrund. Äh. Lege Blitz, Mine. Ja, das ist gut. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Mal sehen, was wir sehen. Du fühlst dich jetzt als Teil der Gruppe, ja? Ja. Ich spotte das Viech mal, was auf gar keinen Fall funktionieren wird. Vor allem die Drohne ist auch nicht schneller als wir. Also ich verstehe diese Drohne nicht. Hat die keinen Vorteil? Alter. Aber du bist ganz schön weit vorne. Mit der Drohne. Ja, ich habe gerade das Gebiet verlassen mit der Drohne. Oh. Vielleicht doch schneller? Ja, die muss halt nicht springen, ne? Okay. Reißerisch habe ich gerade bekommen. Nach der Runde hier können wir noch gar keine Pause machen, ne? Da geht es ja direkt weiter. Wieso? In dem Knöterköter. Was? Wie, was? Wegen dem Hund. Verstehe ich nicht. Wenn ich den Hund jetzt dann wieder nach unten abgebe. Gleich. Du verstehst das? Ne. Wir haben den Hund ja hier oben. Ja. Und weil die heult und fällt, will ich die gleich wieder nach unten tun. Okay. Und deswegen habe ich gefragt, ob wir gleich danach eine Pause haben. Aber haben wir ja noch gar nicht. Ach so. Ach so rum. Ich dachte jetzt Aufnahmepause. Nein. Wo ist es? Da ist es. Da oben. Tarnfeld aktiv. Gunner. Die Arena. Donner. Ich sehe das hier überhaupt nicht. Habt keinen Schild mehr. Wo ist das? Hier unten bei mir. Der Kraken ist hier. Tücken wir ihn. Release de Kraken. Visitor. Jetzt frisst er ganz gut Schaden gerade. Ja. Ich kann nicht aufstehen. Blitz! Auseinander! Medipistole bereit! Habt die Medipistole auf sich gerichtet. Weiter! Oh, Vorteil nehmen. Medipistole! Medipistole zu mir! Oh, ich bin gleich down. Ich brauche Hilfe. Ich auch. Ich liege. Okay, Medipistole ist bei mir. Hält mir! Los! Es kommt auch zu mir. Den Riesen! Es ist einfach so asozial, dass man durch einen Angriff direkt vom Wiederbeleben abgebrochen wird. Hier. Ja. Erster Strike, dauerhafte Gesundheitsverlust? Was? Ja, jetzt siehst du links an deiner Gesundheitsleiste, dass da ein Balken weg ist. Ach so. Dass es graut ist. Aber warum? Ja, weil du einmal gestorben bist. Ach so. War das schon immer so? Ja. Aha. Nie aufgefallen. Doch, doch. Nein, ist es mir noch nicht. Doch, ist es. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, oh, Phase 3. Wir haben dem aber schon ganz gut Schaden gemacht. Das ist jetzt... Das ist vielleicht ertragbar. Ja, wir sind doch schon am Weg zurück zum Stromrelais. Genau. In 100 Metern. Bei mir nur noch 70. Aha. Das kommt auch gerade an. Von rechts kommt das an. Das war hier gerade rechts, da wo die... Ja. Der Pils, da war das gerade. Kommt von der anderen Seite. Kommt von der anderen Seite. Läuft gerade durch so einen Bunker da. Wo ist es? Da. Wahnsinns, Team, oder? Halt still. Ich sehe es noch nicht. Ne, ich gerade auch nicht, aber ich höre es. Oh ja. Aber ich verstehe nicht, das Stromgebumsel ist auch eh hier drin. Wie kommt das denn da rein, das Monster? Keine Ahnung. Gleich geht's dir wieder gut. Aber frag nicht, wie das funktioniert. Frag nicht, wie das funktioniert. Geil. Wie soll das denn hier reinkommen? Ist das an der anderen Seite offen? Nee. Nee. Äh? Begreif ich nicht. Ich sende mal hier. Ich place hier Turrets. Ah, hier kann man rein. Hier sind wir da drin. Ja, aber das Monster ist doch nicht. Nee, das Monster ist nicht drin. Durch die Tür vielleicht. Durch diese? Durch diese kleine Tür hier oben. Na, wie führen wir uns? Ich place mal the Turrets. He cannot fly in there. Vielleicht kann der die Türen hier, diese gelben Sachen kaputt machen. Bestimmt. Macht ja sonst keinen Sinn irgendwie. Nee. So. Hast du Minen hier gelegt? In dem Raum? Im Raum? Nee. Eröffnet das Feuer auf den Kraken. Ich such den mal draußen. Ach, das sind deine Minen, die gerade kaputt gehen, weil du neue legst. Ja. Es sind 260 Minen. Hä? Was macht der denn so weit weg jetzt, bitte? Beste KI ever, würde ich mal sagen. Ach, ist das KI? Ja, klar. Ach, ich dachte immer, es wären Spieler. Bei Evakuierung noch nicht. Ja, stimmt. Ja, die haben wir einmal gespielt. Ja, ist doch klar. Ist doch klar. Ist voll klar. Keine Ahnung, wo das Vieh ist. Jetzt kann ich zumindest meine Drohne machen. Oh, ich hab's gehört, glaube ich. Jetzt geht schon wieder das Telefon. Ich könnte kotzen. Da. Batterien auf. Ah, es hat mich angespuckt. Da ist es. Oh ja, da. Oh. Das war wohl dann, äh... Die Tür. Die Tür. Was? Ich bin tot? Was? Also, ich lag auf dem Boden. What the fuck. Ja, ich glaub, das war's. Ja, man kommt schon nicht hin, äh. Scheiße. Ich probier's mal. Kannst du so knicken, ey. Das kannst du so... Ich bin tot einfach. What the fuck. Ja, zwei Minuten, ne? Verdammte Scheiße. Ja, wir hätten wahrscheinlich drinnen bleiben müssen. Ah. Nur noch der Trapper lebt. At least we had fun. Ja, hat er recht. Also, ich hatte den. Ach, nett. Es gibt nette Menschen in Online-Spielen. Das ist ja ganz neu. Ja. Great Monster, by the way. Du sagst, es sei KI. Ist das wirklich KI? Ist das auch. Ja, ja. AI heißt das auf Englisch. Ja. Genau. Eine Minute überleben, dann kommen wir wieder. Stimmt, ja, ja. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Alter, das ist total gruselig. Oh, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's. Oh, jetzt macht er diese Blöpken da drin. 30 Sekunden noch. Jetzt. Okay. 30 Sekunden sind sehr lange. Jetzt kommt er von der anderen Seite. Nein! Oh, 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 oh. Daisy lebt noch. Daisy lebt noch. Los, Daisy. 10 Sekunden noch. Daisy. Daisy. Ich hab schon log weg. Nein. Komm, Daisy. Nein, nein. Nein. Fuck. Verdammt. Fast Stufe 5. Doch, Stufe 5. Yeah. Sehr gut, sehr gut. Schadensbonus. Verursacht. Oh, ich hab aber viel Schaden gemacht. 7000. Ja, ich hab auch ganz schön reingekloppt. Okay, ich glaube noch eine Runde dann, äh. Ja, dann hab ich auch meinen Dings freigeschaltet. Okay. Soll ich auf Fortfahren klicken, oder? Äh, ein Spiel verlassen, oder? Ja, okay. Ja. Warte mal. Bye, bye. Ich bin der Neu... Übrigens, ne? Was? Fehlst du doch noch eigentlich eine Runde, oder? Nee. Ich meine, ja. Ich meine, wir haben nur vier Runden gespielt. Stimmt. Ja, es geht gerade weiter. Ja, ich hab schon verlassen. Warte mal, ich versuch, dich einzuladen. Ich dachte, das wäre schon die letzte gewesen. Jetzt hast du mich verwirrt hier. Das tut mir leid. Jetzt sind schon andere drin. Nee, dann geh ich auch raus. Okay. Ich hab gedacht, ah, fuck, tut mir leid. Ist egal. Ah, scheiße. Ich meine, gewonnen hätten wir eh nicht mehr. Nee. Ach so, ich wollte gerade sagen, wir hätten uns die Namen von den Jungs merken müssen, aber wir haben das ja zufällig auf Film. Ja, genau. Gut, dann danken wir euch fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ein bisschen erfolgreicher bei Evolve. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.